Was ist die Entfaltung von Johannes Wieland? Hi, ich bin Safed Mistele, ich bin Tänzer im Haus und bin 27 Jahre alt. Was ist die Entfaltung von Johannes Wieland? In dem Stück, die Entfaltung von Johannes Wieland, spiele ich denjenigen, der vielleicht tausend Gesichter hat, vielleicht aber auch nur eins. Jemand, der unheimlich glamourös sein kann und zwischendurch vielleicht High Heels anhat. Let's see. Der Moment bevor ich auf die Bühne gehe fühlt sich für mich an wie kurz bevor man jemanden küsst. Was ist die Bühne? Uh, Band nicht unbedingt, aber es gibt ein paar Künstler, die ich super cool finde. Und zwar ist das einmal die Künstlerin Leanne Lahavas, unheimlich coole Stimme. Her auch und Jerome Thomas. Auf jeden Fall mal reinhören. Was ist der allererste Auftritt? Uh, der allererste Auftritt. Naja, ich glaube auf den Straßen Wuppertals vor so ein paar Leuten kann man glaube ich als ersten Auftritt gelten lassen. Ich habe sogar zwei Fragen. Und zwar eine wäre, welches Tanztheaterstück von Johannes Wieland gefällt euch am meisten und welches würdet ihr gerne wiedersehen wollen? Was ist das? 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 Es ist das? Was ist das?